willkommen zurück eine neue folge day are billions die kampagne wir haben die letzte mission vor uns die göttin des schicksals und in der letzten folge haben wir ja würde ich sagen ja fast verloren es war ziemlich knapp hier im süden kam ziemlich viel wir mussten bis zu unseren ersten grenzen wieder zurück konnten uns aber ganz gut befreien erstellen jetzt gerade hier unsere verteidigungsanlage mit der hälfte der wirtschaft schon mal zusammen und können dann ja unsere zweite siedlung in angriff nehmen weil es so viele haben noch 25 häuser die wir zu steinhäuser machen können aber viel mehr wird es dann auch nicht forschung ist schon steinmetz und schreinerei vollständig soldaten werden zwei pro kasse oder jeweils durch zwei kasern hergestellt das heißt das funktioniert schon mal alles soweit ja da denke ich können wir loslegen und werden heute mal versuchen bis tag 25 oder wenn es gut läuft bis tag 30 zu kommen die frage ist wohin wollen wir uns ausbreiten hier unten müssen wir natürlich aufpassen weil hier ist schon der erste gigant der könnte nämlich dann auch gefährlich werden mal sehen was wir erblicken können wenn wir in die türme reingegangen sind ah ja hier hatte ich ja meinen ersten ranger jetzt hingeschickt um den giganten gegebenenfalls zu holen gucken wir doch mal in die türme rein so okay also der wird jetzt gleich hier stehen hier oben haben wir schon unsere ganzen soldaten die soldaten kommen mit hier runter wir besetzen die türme dann noch sobald es verfügbar ist und danach werden wir uns denke ich den giganten mal vornehmen was machen wir in der zwischenzeit noch ein paar hütten aufwerten strom wird dann bald eine wichtige ressource die lagerhütte macht das dann auch noch mal ganz gut wenn wir hier noch ein sägewerk sinnvoll platzieren zehn wäre hier noch möglich die nehmen wir mit der rest nahrungstechnisch haben wir glaube ich alles die frage ist natürlich wo platzieren wir unsere zweite siedlung eigentlich wäre hier ein guter platz allerdings haben wir hier viel nahrung schauen so jetzt ist das fertig das heißt hier gehen jetzt auch weitere soldaten rein dann rückt ihr hier rüber ok das müssten die beiden aber eigentlich noch hinkriegen der ist jetzt auch veteran das heißt das sollte jetzt kein problem darstellen der zug hat auch noch mit dazu beigetragen ok gut wir haben jetzt hier einen ganz großen bulk das heißt ich würde jetzt mein ranger hier durchlotsen gleichzeitig aber kein stein das müssen wir kurz mal ändern ähm gleichzeitig bauen wir jetzt hier schnell eine dreierwand auf bevor das vor wir den dicken pullen müssen wir jetzt den ansturm erstmal hier bezwingen so ihr geht mal schön hier hin so ok sobald die mauern fertig sind legen wir los und dann sollten wir uns kommt da jetzt hier rüber ne wollte ich schon sagen aber der ist auch schon ziemlich nah dran sollten wir hier wahrscheinlich mal die ersten steinmauern auch mit hinsetzen sobald alles möglich zumindest eine zweierwand wäre schon nicht schlecht ok so hier kommt jetzt ein endlicher strom an zombies mal an ihr geht noch mit hier runter an ressourcen haben wir einiges wir brauchen auf jeden fall jetzt strom so die frage ist natürlich wo am besten hin platzieren hier und hier und jetzt würde ich gerne hier eine zweite siedlung langsam errichten der ist immer noch außer betrieb das ist nicht gut dann setzen wir ihn hier hin hab ich gesagt ok wir müssen das hier erstmal ein kleines bisschen noch abwarten das hier nicht zu viel mit dem mit dem giganten gleichzeitig kommt außerdem sollen die torhörner fertig werden da kommt schon der ersten spitter dann an also es ist noch nicht ganz leer hier unten das ist der gigant auch noch wieder ein stück zurückgegangen ja dann warten wir mal kurz hier ab bezüglich gold wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht wenn wir jetzt anfangen würden mit einer zweiten armee hier mal zu pushen um zu gucken ob wir diese gold vorkommen bekommen haben hier noch 20 häuser die wir upgraden könnten ja und erst mit der zweiten siedlung macht das glaube ich sinn wenn man dann also wenn wir alles upgraden haben dass wir uns dann die zweite siedlung hernehmen wir machen hier mal auf die nächsten soldaten werden dann alle hier unten platziert so sollen wir mal schauen was wir hier alles noch zu haben also viel steht hier nicht mehr außer der dicke halten wir retten erstmal unseren ranger wieder gut jetzt ist die frage wollen wir schon mal weitere kasernen errichten also hier oben hätte ich gern ich glaube nicht dass der turm dann hier schießen kann wenn der hier so seitlich steht ich weiß es nicht wir lassen das mal derzeit bekommen die das hier oben noch hin trotzdem ist es mir ein kleines bisschen zu gefährlich falls hier mal mehr kommen sollte wir stellen einfach mal ein paar barrikaden mit auf die halten eine gewisse zeit lang schon durch so das müsste ja jetzt mal ausreichen dass wir den dicken holen um dann hier uns weiter ausbreiten zu können in die richtung das heißt wir gehen jetzt gleich mit dem ranger da raus ich will bloß noch das gold ausgeben und ein bisschen nahrung schon mal wieder uns holen und am rande der nahrung können wir dann nämlich auch wieder mühlen aufstellen zack sehr schön ok so wir holen uns jetzt den dicken hier wo ist er da ist er jetzt kommt er so dann haut man perfekt hat fast nichts zerstört das passt so ich denke dass wir jetzt hier rüber gehen können und die vier in den türmen sollten eigentlich ausreichen um hier den ansturm an zombies aufzuhalten oder die acht in den türmen ja das reicht aus jetzt kommt nicht mehr ganz so viel gut ich würde sagen wir haben jetzt eine dritte kaserne und werden jetzt mal schauen ob wir uns das hier unter den nagel reißen können hier ist dann auch nochmal gold das werden wir als nächstes angehen hier oben sieht es eigentlich ganz gut aus und hier ist bisher auch noch ruhig okay gut 53 soldaten damit müssten wir doch einiges erreichen können so das sieht ja schon mal nicht schlecht aus die frage ist wo es hier überall lang geht da kommt was raus da kommt was raus geht's hier runter aha okay wir sollten vielleicht doch hier probieren einen turm hinzusetzen aber der trifft glaube ich nichts durch diese ganzen Schranken ah deswegen die sind die sind glaube ich zu weit weg oh was doch so viel ich werde mal übertrieben hier so und schießen wir werden ein paar verlieren komm schießt euch durch sag mal das gibt es doch nicht warum kommt denn jetzt hier immer so viel dann wieder vorwärts also mit ausbreiten ist hier äußerst schwer muss ich feststellen mit ausbreiten ist es hier äußerst schwierig haben wir jetzt noch wir haben dort noch irgendwo hütten die wir noch aufwerten können acht stück so das heißt die erste siedlung ist komplett ausgebaut ich muss jetzt irgendwie eine zweite siedlung errichten das hilft alles nichts wir müssen da auf die grünfläche stein und stein okay wie machen wir das am sinnvollsten da steht auch noch einer rum hier runter ähm mhm mal schauen das war nicht ganz zu bauen obwohl die könnten alle hier noch rum das heißt markt und bank irgendwie so hin fangen wir mal hier an fangen wir mal hier an setzen wir markt und bank hier so hin das heißt da also geht es hier weiter so jetzt fehlt uns die nahrung auch sonst noch möglichkeiten nahrung herzustellen hier oben nicht wird langsam eng ne ja wir brauchen mehr nahrungsmöglichkeiten schauen wir mal ansonsten hätten wir hier unseren kristallpalast mit 200 stein so ein paar soldaten haben wir nämlich auch verloren muss man aufpassen also hier am rand es ist echt gefährlich aber wir müssen irgendwie sehen dass wir an an platz kommen so das heißt wir sollten zuschauen dass wir hier die 200 stein uns organisieren um den kristallpalast bauen zu können das heißt wir stellen wir hier hin ja die nahrung Ah, die kommt gleich. Fünf, fünf, fünf. Okay. So, kurz hier stehen bleiben. Was ist denn hier? Okay. Okay, die werden jetzt auch immer mehr. Das heißt, wir brauchen hier langsam aber sicher ein paar mehr Soldaten. Und nicht nur langsam, sondern schleunigst. Okay. Ihr hier unten macht den Rest. So, das müsste aber trotzdem erstmal ausreichen, denke ich. Ähm, das heißt, ihr geht weiter hier unten. Geht mal hier durch. So, erstmal fünf. Und noch zwei weitere. Das müsste eigentlich ausreichen. So. So, wir sind kurz davor, den Kristallpalast bauen zu können. So, wenn wir hier runter bauen, müssen wir dann direkt an der Grenze quasi unsere Verteidigung errichten. Okay. Ich will aber das hier noch aufdecken. Das heißt, wir müssen hier zumachen. Okay. Strom brauchen wir auch wieder. Ach ja. So. Das geht nicht. Das geht. Okay. Hauen wir hier hin. So, unser 50-Mann-Squad. So, Südost sieht geteilt aus. Wir brauchen noch drei, drei Gold. Ja, haben wir bekommen. Oh, was ist hier los? Ah ja, okay. So. Das heißt, Kristallpalast jetzt. Passt schön hier hin. Damit haben wir erstmal ein bisschen Ruhe bezüglich der Nahrung. So, jetzt wollen wir hier auch noch rüber. Um zu gucken, was da noch für Gegner auf uns warten. Ansonsten können wir uns nämlich jetzt gleich das ganze Gebiet hier unter Nagel reißen. Hier wurde was getriggert. Hier müssen wir erstmal da hin. Okay, so das haben wir jetzt gekleert. Jetzt geht ihr wieder hier hoch und teilt euch hier so ein bisschen auf, dass wir hier expandieren können. Wir stellen den Markt. Und da kann noch eine Reihe dann hin, auf jeden Fall. Aber wenn ich den Markt hier hinstelle, würde ich die Bank hier hinstellen. Und der Markt dann hier hin. Wo kommen eigentlich die anderen Soldaten? Müssten die nicht schon angekommen sein? Ach, hier stehen sie. Elf Stück. Das sollte ausreichen. Hier stehen sieben. Das reicht auch aus. Ihr könnt sogar ein Stück hier her, dass ihr über die Kante drüber gucken könnt. Gut. Ja, ich wollte eigentlich hier einen Tesla Tower. Oh, den haben sie mir verwehrt, die wilden Zombies. So. Da hin, da hin, da hin. Weil das muss nämlich jetzt schnell gehen, weil bald die nächste Wave kommt. Aber ich würde trotzdem sagen, wir haben Tag 25 erreicht. Wir konnten jetzt den Südosten quasi für uns einnehmen. Auch wenn wir ihn noch offiziell einnehmen müssen. Aber wir haben ihn schon mal befreit von dem ganzen Unrat, der dort gelauert hat. Es bleibt weiterhin interessant und nicht ganz so einfach. Ich muss mehr und mehr Leute an den Grenzen auch postieren, weil die ganzen Zombies langsam ankommen. Wir haben noch drei Mutanten und einen Giganten auf der Karte. Als auch drei Doom Villages. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wir bauen unsere zweite Siedlung auf. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir bis Tag 30 gehen werden und uns die nächste Zombiewelle anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.